Es gibt neue Erkenntnisse zu der in der Cheops-Pyramide entdeckten verborgenen Kammer. Wir hatten ja Anfang November 2017 darüber berichtet, jetzt haben Expertinnen Ideen entwickelt, was sich in dem bisher geheimen Hohlraum verbergen könnte. Was es ist und wann wir es wie zu sehen bekommen, jetzt in Clixoom Science & Fiction herzlich willkommen! Ja, zuerst mal vielen Dank an alle, die meine Aussprache kritisiert haben. Ab jetzt mache ich es richtig, Cheops-Pyramide! Es ist eine absolute Sensation, in der Cheops-Pyramide wurde ein neuer, riesiger, geheimer Hohlraum entdeckt und das mit Teilchenphysik, Zitat, das ist definitiv die Entdeckung des Jahrhunderts, es gab viele Hypothesen über die Pyramide, aber niemand konnte sich vorstellen, dass es über der großen Galerie so einen großen Hohlraum gibt, so der Archäologe und Ägyptologe Yuki Nori Kawa'e im Magazin National Geographic und das Sensationelle ist auch, wie der Hohlraum entdeckt wurde. Mit Teilchenphysik wurde dieses neue, wirklich große Geheimnis in der Cheops-Pyramide entdeckt. Und es ist wirklich riesig, eine Kammer, 30 Meter lang und 8 Meter hoch und breit, oberhalb der Galerie, des Ganges, der zur Königskammer führt. Die Teilchenphysik machte die Entdeckung möglich. Mionen haben die Kammer nachgewiesen, sie entstehen, wenn Protonen aus dem Weltall auf unsere Atmosphäre treffen. Dabei zerfallen Atomkerne und es entstehen diese Mionen, sie sind wie Elektronen negativ geladen, zerfallen aber bereits nach 2,2 Millisekunden. Von außen betrachtet existieren sie aber viel länger, die Relativitätstheorie macht es möglich. Sie bewegen sich fast mit Lichtgeschwindigkeit fort, deshalb wirkt die Zeitdilatation auf sie und sie haben für uns rund zehnmal mehr Zeit, bis sie zerfallen. In dieser Zeit können sie die Erdoberfläche erreichen. Auf dem Weg durch Materie werden sie dann abgelenkt, fliegen sie nicht durch Materie, werden sie nicht abgelenkt. Stellt man in einer Pyramide, also unterhalb eines Hohlraumes, Detektoren auf, treffen dort mehr Myonen auf, als unter einer dicken Steinschicht. Wie mit einem Röntgengerät können jetzt auf diese Weise Hohlräume entdeckt werden und genau das ist jetzt passiert. Oberhalb der Galerie muss es nach den Messungen der Teilchenphysiker und Physikerinnen einen Hohlraum geben. 30 Meter lang und eben 8 Meter hoch. Aber was verbirgt sich in dieser Kammer? Wobei die Ägyptologie lieber erstmal von einem Hohlraum spricht, denn was darin enthalten sein könnte, das ist erstmal reine Vermutung. Nur eines ist bisher gewiss, Zitat, aktuell wissen wir nicht, ob er horizontal oder geneigt ist, ob er aus einer Konstruktion oder aus mehreren aufeinanderfolgenden Konstruktionen besteht. Wir wissen, dass der Hohlraum dort existiert, dass er beeindruckend ist und dass er von keiner Theorie vorhergesagt wurde. Doch es gibt Hinweise darauf, warum es diesen Hohlraum geben könnte. Kate Spence, Archäologin der University Cambridge vermutet, dass der Hohlraum zum Bau der Pyramide genutzt wurde. Eine Innenrampe. Auf ihr hätte man die besonders großen Steinblecke für das Dach der Kammern transportiert. Die Lage des Hohlraums würde für diese These sprechen. Die Ägyptologin Salima Ikram von der amerikanischen Universität in Kairo ist auch der Ansicht, dass der Hohlraum während des Baus genutzt wurde. Da er aber über der Galerie liege, meint sie, dass er eher beim Bau der Galerie genutzt wurde. Trotzdem bleibt sie sehr vorsichtig, Zitat, ich glaube, es ist nie zu früh, um zu spekulieren, aber man kann ziemlich daneben liegen. Ja, jetzt will das Forschungsteam einen Blick in den Hohlraum werfen, aber ganz vorsichtig, nichts soll beschädigt werden und keine Löcher sollen gebohrt werden, Zitat, da gibt es eine Menge schweres, dickes Gestein und wenn man da reinbohrt, weiß man nicht, wie sich das auf das gesamte Bauwerk auswirken würde, das sagt Ikram. Es wird also vielleicht noch etwas dauern, bis wir einen ersten Blick in den Hohlraum werfen können und vielleicht werden wir alle von den Geheimnissen hinter den dicken Mauern überrascht. Ich bin auf jeden Fall gespannt wie ein Flitzebogen. Wenn es Neues dazu gibt, dann erfahrt das natürlich hier. Wenn ihr kein Video dazu und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke und dann verpasst ihr kein Video. Hier geht es weiter mit dafür draufklicken, mit seriöses Rätsel um Nazca-Linien endlich gelüftet. Und ansonsten würde ich mal sagen, bis dann, bleibt dran!